Erfolg Nummer 2 Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das so machen sollen. Was müssen wir dann nochmal drauf bauen? Das ist ja voll die Erdenverschwendung. Wenn man es genau nimmt, ist es das auch. Was läuft hier eigentlich gerade? Mensch, ich kenne die ganzen Spielsounds gar nicht mehr auswendig. Ne, so geht es schonmal nicht schneller. Und es wirkt hier Spawn nichts. Das nächste bitte. Hupsala, nein, du nicht. Auch sehr schön zum Bauen für nachts. Ähm, die Fackeln packen wir mal am besten da her. Zack. So, wieder drauf. Dann messen wir gerade hier hinten noch ein bisschen aus. Hups. So, bis hier würde ich mal sagen. Das hätte böse ins Auge gehen können. Obwohl, wir machen eh noch eins weiter. Also bis hier... Oh. Okay, das war's auch schon. Wir könnten aber natürlich, theoretisch... Mh, machen wir das so? Nee, ich weiß nicht. Nee, komm, das sieht doof aus. Aber ich mach hier mal so eine Einerfuhr hier. Damit es nicht ganz so bescheiden aussieht. So, in etwa. Dann machen wir es hier vorne schön eben. Ich will da fast noch ein Stück vorgehen. Hm. Dann müssen wir allerdings hier... Ach stimmt, die muss ich ja einsammeln. Oh, nö, oder? Ach so geht's auch. Einfach draufhalten. Fünfzehn. So, Schaufel weg. Zum Glück haben wir drei Stück... Nein. Daher. So. Gerade passend zur Nacht. Oh, ein Vogel. So, das werden heute meine letzten Let's Play Parts sein. Also nicht für immer, sondern vor meinem morgigen Zahnarzttermin. Dann werde ich eine Woche lang oder so erstmal keine mehr machen können. Ist ja nicht so, dass ich keine machen will. Ich werde keine machen können. Und da und hier und hier und hier und hier. Da da. So. Hups. Ja, das war Tups. Das... habe ich heute irgendwie... Ich weiß auch nicht. Boah, das könnte jetzt eine Weile dauern. Ich muss hier erstmal ein bisschen Korrekturen vornehmen. Hoffentlich wird's euch nicht zu langweilig, aber... Was soll das da oben schon wieder? Ich würde sagen, ich mache den mal bis hier... hierher vielleicht... Ne, ich mache ihn doch bis vor. Sieht besser aus. Obwohl... Wartet mal kurz. Ich könnte natürlich auch ein bisschen... Ne, ihr wisst schon. Reicht trotzdem nicht. Okay, da müssen wir ein bisschen schaufeln gehen. Tut mir leid, Leute. Aber... sonst ist nicht. Da können wir theoretisch auch hier hinten abtragen. Weil so riesig wäre der Palast ja auch nicht. Er wird schon groß. Also lasst euch da mal nicht täuschen. Aber so riesig wird er auch nicht. Bringen wir das hier mal auf eine Fläche. Und... Ernten nebenbei ein bisschen Erde ab. Ich weiß nicht, die Musik ist grad irgendwie so Depri. Ja, können noch ein paar Bahnen... Nein! Guter ist weg. Wieso spawnt da bitteschön ein... Ach so, ich weiß warum. Hier war nicht dunkel... äh... ja. Hell genug. So bis hierher würde ich mal sagen. Und da sind wir auch schon auf Steinboden. Ah, die Sonne geht auf. Wie schön. Dann passt das Lied aber gleich nicht mehr. Ah, wie er da stört schon wieder. Hinten war ja. So, das ernte ich gleich. Die Elbe, die hebe ich gleich auf. Die Fackeln, sobald ich hier... Fertig gemacht hab. Ähm... Daher. Zack. Zack. Ups, nein. Dich will ich da nicht. Ach komm ey. Zack. Und... Zack. So. Also von der Größe her müsste es passen ungefähr. Da generiert sich die Welt noch ein bisschen. Da tricksen wir mal ein bisschen, indem wir einfach so machen. Fällt jetzt nicht so auf. Oh oh. Ah. Bisschen Zugfahren, ne? Ah, wie schön. Die Musik gefällt mir grad richtig. Hupsala. So, jetzt aufpassen. Nicht auf die Fresse legen. So. Da rein. Und... Hier rein. Da und da und da. So. Ähm... Wie viel Zeit haben wir noch? Der war über 5 von den, wo die Musik hast. Wie viel Zeit haben wir jetzt?